Queen-Taktik? Ja, läuft's halt. What the fuck? Wollt ihr mich fucking rollen? Jojojo, da ist der Guzua wieder. Und er hat sogar, hier, guckt euch das an, Boost fortsetzen. Ja, richtig geil, weil ich war noch im Boosten, hab noch richtig ordentlich gefarmt und auf einmal merke ich, äh, ja, tolles Ding. Äh, geht gar nichts, weil Update gerade. So, gucken wir mal kurz rein. Ich hoffe, man sieht es, Neues. Ja, genau, genau. Hier sind alle Sachen, also, wie wir zuvor halt schon in den anderen Sneak Peaks halt gesehen haben, Blitzzauber Level 7, aber wie gesagt, dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Ähm, das, das kennt ihr alles. Also, es ist das gekommen, was kommen soll. Nichtsdestotrotz kommt hier jetzt noch eine geile Mauer. Diese wird jetzt einfach mal gemacht. So, und, ja, wie gesagt, dann war ich gerade im Boost. What's this? Kampf finden. Oh, nicht schlecht. Ich bin wohl schon online. Achso, dann werden garantiert auch, ja, genau, die sind natürlich logischerweise wieder weg. Schade, aber ich hatte noch welche gepostet in einem anderen Clan, aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne Farming, kriegen wir hin. Ich spende hier mal noch. Go Wipe Loons haben wir nicht. Golem 5 haben wir auch nicht. Golem Up 4. Also, jetzt gucken wir mal. Nun mach hinne, mach hinne. Nee, also, wie gesagt, das Update war jetzt nicht so der Hyperknüller, zumal, wie gesagt, ich mit dem Rathaus Level 9, da ist ja jetzt nicht so viel. Was sagt ihr dazu, dass der Greenscreen wieder dabei ist? Das findet ihr doch geil, oder? Nee, weil das war natürlich schon so ein bisschen, hm, Mist, wie es jetzt ist. Ihr kriegt ja jetzt das Video ins Gesicht geblasen und dann seht ihr aber morgen und übermorgen nochmal alte Videos. Ich nehme heute aber nochmal neues Zeug auf und dann ist das schick. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ach, nee. Ah, obwohl, guck mal hier. Die habe ich dann immer, wenn ich mit einfach nur Bogis angegriffen habe, habe ich dann immer sowas gemacht. Hab dann geguckt, ach ja, weil die Bohrreiher, wisst ihr selber, die sind ja relativ schnell dann voll, logischerweise und schneller als eine Mine und ein Sammler logischerweise und deswegen kann man da natürlich dann schon immer was anderes noch weg snacken am Dunklen und ja, okay, war jetzt auch, war nicht die Menge, aber ich will ja, wie ihr sagt, mit dem Pokis auch ein bisschen hoch. Ja, da kriegt ihr gleich mal wieder hier richtig ordentlich Input. Der hat den zweiten noch gar nicht gebaut, wa? Okay. Nee, also wie ihr sagt, richtig coole Ding, dass das jetzt mit dem Greenscreen drin ist, dass das jetzt alles so nach und nach hier wieder komplett schön startet. Tisch habe ich dabei. Am nächsten Montag kriege ich Besuch. Ja, das ist mein erster YouTube-Besuch und zwar verrate ich das nicht. Ich bin knallhart. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ihr werdet damit garantiert nicht rechnen, aber auch nicht weiterbild. So, jetzt gucken wir mal, wer hier noch was hat. Wie krass die Mauern aussehen. Ja, naja, gut, okay. Die Sache ist aber die, dann musst du ja welche haben. Und du hast keine, weil du garantiert nicht Rathaus 10 bist. Rathaus 9. Also von daher. Golem ab 4. Nee, okay. So, hauen wir nochmal einen Angriff rein. Ja, ansonsten mit der Queen-Taktik. Ja, läuft's halt. What the fuck? Wollt ihr mich fucking rollen? Alter, was geht denn? Alter, was geht denn? So, scheiße, dass ich natürlich jetzt die Bogies nur habe. Ähm, okay. Let's start. Ich muss an einer Stelle, ich gehe hier an dieser Stelle so rein, dass ich nicht so übermäßig viel Hits bekomme. Und dann hier gleich, also weil ihr sagt, Rage muss jetzt sein. Schade natürlich wirklich mit den Truppen. Das ist jetzt nicht so der Knüller. Oh, nein. Oh, gerade noch so. Gerade noch so. So, und jetzt hier wirklich rein. Kommt, Leute. Falpelt mich nicht. Ihr sollt nicht da reingehen. Also hier, das Dunkle nehme ich auch auf jeden Fall mit. Aber ihr sollt reingehen. So, ich hau den hier jetzt. Ist vollkommen egal, so. Und jetzt die Masse. Boah, die Masse rennt draußen rum. Ich glaube, ich kacke ab. Aber das reicht schon. Das ist schon ziemlich geil. Alter, was ist das für ein Loot, bitte? Alter, was ist das? Das waren 1,4 Millionen. Und jetzt alle weg. Klar. Egal. Egal, egal. Da gab es doch so ein Video. Mir egal, mir egal. Irgendwie so lief das. So, hier ziehe ich nochmal gut. Ja, schade die Kanone. Aber hier das, die zwei Boogies machen vielleicht noch ein bisschen. Doch, doch. Ich denke mal, die müssten schon noch was bringen. Wenn die hier hinlaufen, dann könnte ich fast alles kriegen. Ja, ziemlich geil. Oh, das ist ein fetter Angriff. Das geht richtig ab. 700.000 von beidem. Klar, ich kriege nicht alles. Leider. Aber immerhin, jetzt will der sogar noch das Rathaus. Naja. Ah, schade. Schade, dass der zurückgeht. Alter, was? Jetzt lässt sich der King noch durch meine Boogies fast töten. Fast. Schade, die hätte ich hier gebraucht. Das wäre natürlich geil gewesen. Aber eh die durch die Mauer gekommen wären. Alter, mega awesome. Richtig, richtig krass. Aber schön exakt so beides. 700.000. Richtig, richtig, richtig geil. Und die geht auch noch weg. Oh nein. Aber bitte dahin. Bitte geh nicht an das Goldlager. Bitte geh an die Mine. Bitte. Ja. Strike. Oh, geil. Nochmal. 100.000. Bitte schön. Bäh. Richtig geil. Richtig, richtig nice. Oh, das muss ich gleich, kleinen Moment. Das muss ich gerade dem Lichtle posten, beziehungsweise sagen. Du, ich habe gerade Video gemacht und bin gerade dabei. Ich bin gerade im Raid. Ich bin auch in der Aufnahme. 700.000, exakt 700.000 von beidem. Und jetzt kriege ich insgesamt 600.000 mit Only Boogies. Und ich hatte nur 150 dabei. Ja, man muss sich ja immer gleich ein bisschen was geben. Einwandfrei. Ja, was will man mehr? Klar, logischerweise mega Lack gehabt, auf jeden Fall. Aber da dürfen wir gerne mal einen Screenshot machen. Und dann läuft das ziemlich gut. Und dann ist das natürlich auch bei Instagram zu sehen. Richtig, richtig geiler Loot. Damit möchte ich euch erstmal entlassen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, jetzt kommt wieder ganz normal mit Greenscreen. Ich bin wieder voll dabei. Ich bin noch ein bisschen die Tage, die nächsten Tage auch ein bisschen weniger online, weil ich noch die Küche aufbauen muss. Aber ansonsten ist wieder der gute alte Gusua am Start. Bis dann. Ciao, ciao.